angepflanzt und wir können so ich gehe jetzt noch einmal kurz nach oben und fütter die Schweine noch mal nur tun was du magst dabei und der Baum jetzt nicht auch dann immer nur ein Block ja wenn du die Axt dabei hast dann ist okay den mache ich jetzt auch gerade weg so so kommt wusste nach das nächste was die Tiere noch mal ficken du und du und sonst ist hier keiner mehr geil wenn du das macht sich gar keine Herzen die für das nur wie sich die nur wenn ich die Füße mit dem Weizen machen kann man auch Brot eine Runde gut ab geht's bin bereit lange nehmen wir auf eine Stunde zwei ja und wir rein wenn die komme schoss ich hier wieder runter ich bin das selber runter gefahren ja du hast dich halt die Treppe runter geschubst Entschuldigung auch wo sind die Föcker noch hier so maa jetzt geht da rein so jetzt sollte vielleicht mal eben kurz Höhlenmusik anmachen ich überspringen und hoffe das Rechnung Mühlenmusik kommt nächstes Lied ne ich weiß ich weiß ungefähr was Höhlen was komische Höhlenmusik ist oder so deswegen kann ich einfach auf iTunes switchen dann halt ja nur eben ein Lied auswählen ich überspring dir einfach mal mit der Tastatur ich konnte mein Lied nur grad nicht hören du hast dazwischen gelabert oh na ich hab mich lauter gemacht so jetzt mach ich auch nochmal ein bisschen lauter hier na weil die Höhlenmusik ist so scheiße leise ach ja scheiße jetzt hab ich dich auch mal lauter gemacht Moment ich bin mal kurz bei iTunes hier so ich hoffe ich bin jetzt noch laut genug wir sind ziemlich scheiße bei mir bist du laut genug und wenn Pegel dich ein Stück hoch also bei meinem Mikrofon hörst du das fast gar nicht na mega extremst hoch pegelt na jetzt geh bist du schon auf andere Seite ja ich komme ich bin hier ich war ja ja ich will ja nicht runterfallen ist hier nichts weiter doch äh eisen hab ich grad gesehen ich geh schon mal ein bisschen weiter ne die Angewohnheit wenn ich was mir das gleich mitnehmen will ja ich sicher erst mal alles und nicht gleich weiteren ja ich sicher erst alles weil ich hab kein Bock zu sterben so wie du immer ich seh ich seh ich seh das meistens oh ja nur du stirbst auch ziemlich oft immer ja schieb mich hier gleich erst mal wieder ins Loch rein ins Loch ja ins Loch das denn äh ich hab nix ich hab nix perverses gesagt also sag mal leid doch so vielleicht ist hier hinterher noch was Penis oh fahr Dina okay also ich finde hier nix mehr ich gehe in den nächsten Gang ja ich guck auch nur noch mal eben hier schnell hinter was gut hier ist auch nicht mehr so eine Fackel hinbauen damit ich ja keine Munzer spawnen in welchen Gang bist doch da so ist ja richtig ja ich wollte hier nur rein um eine Fackel zu setzen und um die Kohle abzubauen so so ich bin unten au ich bin unten wollte einmal ausnahmsweise nicht runterspringen das war nicht mal Absicht naja so ein bisschen aber ja und nicht Lava 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 mal ab hin zur Lava wo hier hier ist ne Schlucht 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 geil geil ich komme Party und da drüben ist gleich der Creeper man Schlucht Party ich geh schon mal runter la 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 überall wasser da unten noch grad sagen da sind Diamanten aber das war nur Eisen ich hab's für mich versehen weil's hier so dunkel drin ist hier vielleicht mal ver- äh ja genau guck mal hier oben ist vielleicht ein Zombie ne der ist nur durchgepackt ist ein Creeper so ich nehme jetzt mal die Erde mach'n Abgang mach'n Abgang Aua na ich muss halt Schwert in Hand nehmen boah stirb LTEF alter ich wär fast drauf gegangen bei den Zombie ich hab'n keinen Schaden gekriegt weil ich einfach runter gesprungen bin ins Wasser ja ja da ist ja wirklich nur Wasser Lava hier ist ein kompletter Lavasee ja ich weiß da musst du aufpassen ich bin noch oben ich möchte lieber einen sicheren Weg runter bauen dass wir auch äh wieder hoch kommen ja hatte ich eigentlich ich hab schon mit einem sicheren Weg angefangen aber da ich dann aus Versehen so schlau war und runter gesprungen bin aus Versehen gesprungen ja ich hab'n gesagt da ich so schlau war und runter gesprungen bin nicht aus Versehen du hast gesagt äh dass du aus Versehen runter gesprungen bist nö nicht nö ich hab'n verstanden da ich so schlau und aus Versehen runter gesprungen bin so jetzt hier boah ist das schwierig hier so'n blöder mhm nein pfff hier sollte ich nicht runterspringen ey guck mal ich bin über dir hehehe au hau 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 so jetzt um du hast nicht zufällig im Wassereimer mitgenommen ne wieso ja toll ich versuche ja auch ich kann nichts sagen sehen alter das ist heftig ich versuche mal hoch zu also ich versuche hoch zu kommen und und zu was einmal zu holen weil du es ja auch keinen leeren Eimer mitgenommen oder E ne ne er hat hier nur den Eimer mitbringen als hier nur den Eimer wo die Lava mit drin ist ich probiere mich jetzt hier mal einmal bitte ein bisschen saver hinzustellen so ja und ich will hochschwimmen damit ich in der einen wasser holen kann eben ein bisschen Redstone nur warum jetzt mal eben gehen hier 9 trotz die hier unten und fackele alles ein bisschen ab und jetzt auf nichts weiter mann ich habe es seitdem von diesem scheiß Wasser wo mann was soll das denn ansehe und bis gleich noch mal ein bisschen erde mitnehmen oder so ich habe mit 64er steck erde verklappt aber ich versuche gerade hochzukommen aber noch ein bisschen Pappe und ich muss dringend was essen wenn Mensch in den Schacht finden verdammte Scheiße jetzt bleibt hier stehen alter hat mir irgendwie so ein kleines Ziel gesetzt dass wir in den Schacht finden irgendwie so ich bin ein kleines Ziel ist ja eben draus zu kommen ja oder so das sowieso so jetzt aber so eine Etage bin ich für das nennen zunächst die Tasche und hier sind schon unsere zu fackeln und übelst die Kohle naja wobei so viel ist es auch wieder nicht gerade in einem Gang also ich wurde mich hier gerade durch ein bisschen um mal zu gucken was hier so ist ob hier vielleicht gleich irgendwas kommt ja gut so wir müssen doch aber auch schon Diamantenhöhe sein oder weiß ich nicht auf welche Höhe waren Diamanten nochmal was ist denn die Höhe ist i die Höhe nee was ist die Höhe Jan oder y ja mein ich ach so äh weiß ich nicht doch y war das ich höhe 12 war glaube ich so ein bisschen Diamantenhöhe ja kann sein weiß ich nicht mehr ich buddel mich hier jetzt einfach mal an der Seite lang um die Lava ich soll noch ein bisschen Kohle mitnehmen ach da ist noch mehr egal ich hole mich jetzt einen Wassereimer damit wir die Lava weg machen können und dann hole ich noch äh bringe ich noch ein Stack Stein und ein Stack Erde mit ja ein Stack Steine Steine habe ich aber auch schon wieder voll stimmt also ein Stein sollte uns nicht fehlen ja ich baue mich hier aber auch gerade aus bisschen rum an der Lava weil ich da hinten hin will um zu gucken was da ist warum ist der Baum nicht ganz gefällt wurden ich habe wir haben doch wir haben doch Timber der ist nicht hä warum ist der nur zur Hälfte weg ach so das kommt wahrscheinlich weil der Timberplug ein bisschen anders arbeitet der haut nicht das ganze weg sondern nur immer den Stamm den du abgeklappt hast also nur ein Stamm ich weiß ich weiß das ist genauso wie beim Timbermod ne der Timbermod der haut alles weg der haut alles weg was in Berührung an Holz ist das ist beim Timberplug genauso ne der haut nur den Stamm weg das ist wirklich so der haut mehr nicht weg der haut nur den Stamm weg aber auch schon aufgefallen deswegen ist der Baum wahrscheinlich stehen geblieben das ist aber ein ganz normaler Baum ok ja dann wundert mich dann hat es wahrscheinlich gefehlt left joint ja ich weiß weil es wieder ein bisschen graf ist du hast bestimmt ein paar joints zu hause ne ne wieso ne ne so ja nicht ich dachte du hast aber bestimmt ein paar joints zu hause oder so ich bringe ein bisschen wir haben gar kein Tech Erde egal ich bringe es in alles Erde was ihr da haben und Ahn 6 Steine Schatz auf 6 Steine so ein Steckes in der Erde wusste ich wo das wird glaube ich nie mehr ganz haben das ist eine endliche wasserquelle oder doch ist es ja ist es ein enderman glaube ich nicht so gut ich lass mal den also ich habe fast ein steak kohle hier den dass ich mal hier haben wir noch was zu essen nein 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 in unserem haus das ist ein bisschen dunkler geworden und das feld wurde ein bisschen kaputt gemacht so kann man nicht bereits minimap machen dass die den untergrund anzeigt wo man sich gerade befindet kann man glaube ich ich wollte nur gucken er hat die plüten System ist ach so ich habe schon jeden Fall 38 30 40 ich habe gerade eingestellt dass man den anderen Player sehen kann aber irgendwie was du trotzdem angezeigt vielleicht bist du gar nicht in der Reichweite aber ich bin aber auch drin was wollte ich machen nachher ne müsste ich aber ich sehe nämlich unseren dingsten unser aus noch oder hast du näher ran gesucht also nicht ich glaube nicht z war zu ja ich weiß ich bin jetzt bei 8,0 das ist mit so nah mal 3 2 ich komme ich habe noch schön was gefressen du findest nicht überhaupt ich war mit meiner neue spitze gebrauchte auch nur neue ich habe auch eine aber die andere ist gleich kaputt wer man ist auch nicht kaputt und ich habe die eine wir machen wir auch noch mal eine neue ach so ich habe noch weil ich ich habe mich hier gerade die ganze Zeit durch durch die Wand um zu gucken ob hier irgendwo was ist so um eine Stunde fünfzehn gut so neues Schwerd brauchst du auch nicht oder ne das ist noch heiler genug gut dann komme ich jetzt so so ich dachte du wolltest Treppen gemacht haben oh ja aber da geht das nicht so gut ja weil du komisch gebaut hast ja au hier ist nix so schade schade ich hätte es jetzt sehr geil gefunden wenn hier was gewesen wäre der wird trotzdem ändermann ein bisschen ändermann kommt noch mal in die mitte des raumes ja oben ist der aha warte dauert kurz dauert ein bisschen